Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen! Guten Mittag! Oder auch guten Abend, liebe Leute! Heute war ein Tag, wo ich wusste nicht so recht, hey Nico, was machst du heute für ein Video? Hast du noch dies auf Lager, hast du noch das auf Lager? Ich denke mir nichts böses, mache mir mein Essen und schau erstmal ein bisschen, was es heute Neues auf YouTube gibt. Bin dann auf folgende Scheiße gestoßen. Bibi, erzähl das jetzt einen Witz. Und dieser Witz hat sich aber gewaschen. Okay, wir gucken mal, was abliegt. Sagt der eine mal zum anderen, boah, ich hab morgen Arten, ich hab voll keinen Bock. Sagt der andere, bin ich doch einfach krank. Aaaaaaah! Das war echt ein Wunder. Oh, oh Scheiße. Das war zwar ein guter Witz, aber Simon haut dann doch nochmal richtig auf die Kacke. Ich fau nicht zum Friseur, komm mal weg. Aaaaaah! Shit, man! No, no, no! Na jedenfalls hab ich mir das Video dann weiter angeschaut und hab dann auf verstörende Sequenzen gestoßen. Ich hab mich hier einfach mal eiskalt ins Bett vom Witz gerät. Aaaaaaah! Und ja, ich würd sagen, jetzt hol ich mir erst mal in Ruhe. Ey, Mann! Hab ich sicher, dass ich YouTuber war! Pfff! Juhu! 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 Ne, aber Spaß beiseite, war wieder mal nur ein kleiner Jokern, die YouTuber, Jungs und Mädels. Ihr wisst, ich mag euch, ihr seid richtig korrekt, man! Und ich hoffe auch, ihr checkt das einfach nur ein Joke war, oder? Juhu! 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 Ich bin grad nämlich am Schwenden! Juhu! 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 Ich wollte heute eigentlich ne kleine Episode Niko verarscht YouTuber machen. Hab ich auch schon wirklich paar gute Claps gefunden. Allerdings muss ich euch heute leider sagen, ich hab wirklich heute richtig wenig Zeit, weil ich hab noch extrem wichtige Business Termine. Keine Ahnung, Digga, tschüss Leute, mach ich mir noch ab. Ich will noch kurz was einwerfen und zwar, Leute, ich bin am 16.08. um 18.30. Hab ich den Gamescom Bühnenauftritt! Ich denke mal, ihr werdet mich alle feiern, wenn ich dort auf die Bühne gehe. 16.08.18.30 Leute, ich werde auf die Bühne kommen, werde die tobende Menge unterhalten. Das wird so geil! Gamescom 2014! Juhu! Wahrscheinlich! Ich will die Hände sehen, Leute! Und jetzt gebt mir alle ein Juhu! Wahrscheinlich! Aber ihr wisst, Leute, ich hab nen engen Zeitkalender. Ich hab wirklich jetzt noch extrem wichtige Business Termine vor mir zu nehmen. Vielleicht tschüss Leute eigentlich nur noch ab. Jetzt hört doch mal auf, den Scheiße mal reinzuschneiden, man! Deswegen würde ich einfach sagen, wenn ihr mir auf Instagram, Twitter oder vielleicht auf Facebook folgen wollt, dann macht mir einfach folgendes. Gebt einfach rein. Verpisst auf! Bar ret! Ja jah 1 Jahrhade 5 gehen 6 4 Far